okay ich sollte jetzt online sein hallo heute versuche ich ein horrorspiel das hoffentlich englischen text hat mindestens weil es ist hier teilweise auf japanisch auf der seite es nennt sich the convenience store und mal schauen was das ist linkes display grafik qualität normal dann schauen wir mal was das wird ich habe die kamera woanders hingetan jetzt sieht das immer so aus als ob ich dran vorbei gucke also hier ist jetzt das screen auf den ich gucke naja ich kann ich sehe grad wo ist testbild hier so ja jetzt bin ich hier natürlich im weg aber brauche ich meinen controller dazu scheinbar nicht okay dann wollen wir gucken sprache ist auf englisch japanisch und koreanisch könnte ich noch nehmen aber bleiben wir mal bei englisch was so für heute jetzt time need to get ready for work okay ach so siehst du das ist mein zimmer das ist eine uhr tapete sieht ein bisschen aus wie bei mir ich habe scheinbar gut geschlafen okay kann ich da was essen das ist draußen dunkel okay kann ich hier was essen vielleicht vorher noch oder meine güte ist das alles schlunzig hier kai tschuldenton mutter kann ein tor und einer ihr gotte bring flashlight ok muss ich mal gucken wo meine taschenlampe ist die verfickte taschenlampe das ist ja auch ein super badezimmer hier das ist auch keine taschenlampe ah hier ok ok bento ok so jetzt habe ich gegessen und ich habe die taschenlampe und ich habe mich umgezogen jetzt kann ich bestimmt rausgehen oder ok die tür geht nicht auf soll ich vielleicht müll mitnehmen das ist schon ziemlich dunkel hier draußen wo soll ich hingehen ach da ist eine leiter runter ok das ist insgesamt eine ziemlich schlunzige gegend hier irgendwie scheiße warum wohn ich auf dem dach von irgendwo hier vielleicht runter ja ne oh nee hm 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 Ah, hier geht's runter. Okay. Kann man auch laufen, rennen? Ja, ein bisschen rennen kann man. Okay. Hier geht's noch weiter hoch, okay. Ach, ich bin wieder zu Hause! Ah! Okay. Ah. Also hier... ...geht's nicht raus. Springen kann ich nicht. Das ist kein Spiel, wo man springen kann, Gunnar. Tut mir leid. Ah. Okay, dieses Spiel wird gruselig beim Convenience Store, aber ich muss da ja erstmal irgendwie hinkommen, nicht? Fuck! Warte mal, hier geht's runter, glaube ich. Nee. Ah, hier. Jesus. So, wo soll ich denn jetzt hin? Das wäre mal gut zu wissen. Ich komme bestimmt zu spät zur Arbeit. Ah, sehr gut. Ah, sehr gut. Das ist eine sehr merkwürdige Gegend hier. Ich weiß, was wirklich passiert hier. Ich bin called to warn you all. By the name I cannot speak of. Voldemort? The day of judgment will come. Yeah. Okay. See, ich muss... See, jemand. Okay. Oh, Gott, you made it. Hmm? Oh, no, it's just that I recently heard someone had fell off the bridge you just crossed. There was an old lady that said she saw a man walking down the street with his legs completely bent the other way. Scary stuff. If only this was a true story. Ha ha. Ha. Sorry. Okay. Was genau ist mein Job hier? Alles voller K-Pop. Okay, ich dachte schon. Okay. Thank you for always keeping the toilet clean. Oddly convincing. Rabi Carrot Juice. I've been drinking only that recently. Highly recommended. Carrot Juice, Carrot Juice, Carrot Juice. Soll ich einen nehmen, oder was? Nee, krieg nur nochmal den Text. Okay. Bilde, bild, bild, bild. Das ist das Lager. Okay. 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 Ach so, ich kann das von hinten befüllen, wenn Leute was kaufen. So läuft das hier. Wo soll ich die hintun jetzt? Ah, hier, Müll. Okay. Das Witzige ist, so einen Job habe ich tatsächlich mal gemacht. Nicht als japanisches Schulmädchen, sondern als Student. Aber ich habe mal in einem Supermarkt gearbeitet. Ich habe hauptsächlich Regale aufgefüllt und nicht die Sachen, die abgelaufen waren, aus den Regalen rausgenommen. Aber ich kenne solche Arbeit. Okay. Okay. Das ist ein bisschen Arbeit für Doofe. Nicht in dem Sinne, dass sie nicht fordert, sondern dass man irgendwie stumpf im Kopf wird. Besonders fordernd ist sie auch nicht. Ich glaube, es hängt zusammen. Okay. Was ist das hier? Cool. Oh, ich habe ein Achievement gekriegt. Okay. Okay, hier ist nichts weiter. Dann müssen wir nach hinten durch, wa? Ich muss mal das hier wegnehmen. Das ist ja dieser wunderbare Rosyberry-Saft. Irgendwie ist heute alles, egal wie ich es mache, ist immer irgendwie farbkodiert. Heute bin ich rot. Okay. Was mache ich damit? Was mache ich damit? Okay, wie komme ich wieder raus hier? Gar nicht? Doch. Was habe ich da in der... Soll ich das rausbringen oder was? Ah! Ah! Ich habe schon Arbeit gemacht, bevor ich mich eingeloggt habe. Das ist ja ätzend. Das kriege ich jetzt alles nicht bezahlt, verdammte Scheiße. Ach, toll. Super. Habe ich jetzt schon gemacht. Ja, ja. Hm. Hm, 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 hm. Cool. Jetzt stehe ich hier. Ja. Ja. Ich stehe sogar in der Kasse. Ich stehe. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2021 ZDF, 2020 Was macht der da? Die Tür kaputt, oder was? Steht der Saft schon wieder weg. Ah! Hey! 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 We have recently incorporated this system exclusively for convenience stores that are open late at night. Looks like this package is directly shipped to the store. Oh, and the name matches your tag. I think this is for you. Was that all now? Okay. I'm here. I'm here. I'm here. Was soll ich denn essen jetzt hier? Ja... Albern. Das war also bisher gar nichts scheinbar. Vielleicht sollte ich denn hier einen Cut machen. Ich glaube, ich mache mal hier einen Cut und es geht dann beim nächsten Mal hier weiter. Das war schon wieder fast eine halbe Stunde. Das sprengt so ein bisschen den Rahmen dessen, was ich in einer ansatzweise menschlichen Zeit hochladen kann. Mit dem Internet, was ich habe. Okay, dann bis zum nächsten Mal und liked das Video, drückt die Glocke und subscribed dem Channel. Ciao!